Ja, hallo liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch mal nämlich das Thema Aktienhandel vorstellen und das Thema Market Cap. So, ich war in letzter Zeit etwas beschäftigt, beruflich beschäftigt, musste meine berufliche Perspektive erstmal nochmal neu definieren und dementsprechend kam halt kein neues Video von mir, keine neuen Updates. Ich wollte hier eine komplette Serie jetzt drehen rund um das Thema Aktienhandel lernen von A bis Z, alle möglichen Begriffe quasi wie ein Lexikon für euch aufbereiten und auch einige wichtige Faktoren, die ich ja persönlich auch in meiner Strategie nutze und jetzt kommt nämlich ein weiterer Faktor hinzu. Wir haben ja bereits, wenn ihr vielleicht die letzten Videos euch angeschaut habt, rund um das Thema First Green Day gesprochen, was der First Green Day ist, was Multiday Runners sind, was der Unterschied ist bei Penny Stocks zwischen gelisteten Nasdaq-Werten, OTC-Bulletboards, Pinksheets, Craysheets und so weiter. First Green Day habe ich ja schon gerade gesagt und jetzt kommen wir zum Thema Market Cap und das ist auch ein weiterer Faktor, der für mich persönlich eine sehr, sehr wichtige Rolle macht. Also es ist eine wichtige, es spielt eine wichtige Rolle. Genau, ich werde nämlich kurz danach nochmal drauf eingehen, warum. Ja, was gibt es denn überhaupt für verschiedene Marktkapitalisierungen bei Aktien? Es gibt die sogenannten Nano Caps, das sind Unternehmen, die unter 50 Millionen Dollar Marktkapitalisierung haben. Meistens handelt es sich hierbei um junge Startups, welche noch kein eigenes Produkt entwickelt haben, beziehungsweise noch in der Entwicklungsphase sind, vielleicht gerade ihren ersten Prototype entwickelt haben und noch nicht wirklich einen Mehrwert für den Markt gebracht haben. Diese Startups sind meistens junge Startup-Typen, die auf der Suche sind, natürlich nach Investoren, auf der Suche nach Geld und so weiter. Diese Unternehmen besitzen eben noch keinen wirklichen positiven Cashflow. Das heißt, man investiert quasi hier so ein bisschen in Greenhorns mit einer Wette auf Glück. Die meisten dieser Unternehmen in dem Bereich von Nano Caps gehen meistens auch bankrott. Ja, das ist auch eine weitere wichtige Eigenschaft. Das heißt, mich interessiert dieser Aspekt, die Marktkapitalisierung, nicht aus der Perspektive des Investierens. Ja, das tue ich auch. Investieren sicherlich in Large Caps und Mega Caps. Aber der Bereich Nano Caps und Micro Caps sind eher für mich eine interessante Gelegenheit beim Trading. Ja, weil da komme ich nämlich gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Okay, zurück zu den Nano Caps. Das sind meistens Unternehmen, die sind sehr hoch verschuldet. Unternehmen, die eben nach neuen Investoren suchen. Die Preisspanne liegt meistens unter einem Dollar, weshalb sie auch nicht häufig an der NASDAQ gelistet sind. Natürlich gibt es welche auch an der NASDAQ. Sie sind allerdings auch häufig zu sehen bei den sogenannten OTC Bullet Boards, Pink Sheets. Das heißt, bei diesen Aktien besteht keine Bilanzierungspflicht. Das bedeutet, auch die SEC, die Aufsichtsbehörde, kann das Ganze nicht überprüfen. Und das Ganze hat natürlich für mich bzw. für viele andere Trader auch ein extremes Potenzial. Da, wo natürlich noch sehr viel Fantasie nach oben hin möglich ist, bestehen halt eben exponentielle Kursgewinne. Das ist mit anderen Marktkapitalisierungsunternehmen eben nicht der Fall, wie zum Beispiel eben Large Caps. Das Potenzial liegt hier bei 1000% und mehr, die sie an einem Tag steigen können. Nicht jeden Tag steigen die 1000%. Nein, das ist quasi statistisch so berechnet, dass diese Unternehmen also bis zu 1000%, mehr 1000% steigen können. Das ist sozusagen der Maximalwert, bis wohin sie steigen. Genau, soviel zu den Nano Caps. Und das ist natürlich für Daytraders sehr, sehr interessant, die eben diese Volatilität sozusagen für sich nutzen möchten. Ja, das ist natürlich eben nichts für langfristige Investoren. Und deswegen unterscheide ich halt eben auch immer die spekulative Anlage von der langfristigen Anlage. Und das kann man eben auch sehr schön hier mit der Marktkapitalisierung herausfinden. Ja, genau. Micro Caps ist vom Prinzip her relativ ähnlich auch zu den Nano Caps, unterscheiden sich auch nicht wirklich. Die Marktkapitalisierung fängt dann quasi von 50 Millionen an, geht bis 300 Millionen. Ähnlich wie bei Nano Caps sind sie meistens noch bei der Entwicklung zum Beispiel von neuen Medikamenten oder Impfstoffen dran. Das sind meistens Biotech-Firmen und die suchen eben auch nach neuen Kapitalgebern. Ja, auch hier liegt natürlich das Kurspotenzial von 200% und mehr an einem Tag zu steigen. Und jetzt vielleicht nochmal so einen Faktor am Rande erwähnt. Und ich schaue und ich achte immer sehr, sehr häufig darauf, nur Nano Caps und Micro Caps zu handeln, wenn es sich um einen Multi-Day Runner handelt. Ja, wir hatten ja bereits das Video gedreht zum Thema Multi-Day Runners. Das heißt, Multi-Day Runners sind ja quasi Aktien, die über mehrere Tage hinweg immer wieder neue Hochstände machen. Mit einem sehr hohen Volumen. Und wenn ich das handele, dann handele ich ausschließlich Nano Caps und Micro Caps. Keine Small Caps. Warum? Genau aus dem Grunde, weil ich genau weiß, okay, wenn eine Aktie bereits schon am First Green Day zum Beispiel 50% oder so gelaufen ist, dann weiß ich, okay, rein theoretisch könnte es noch weitere 100%, 200% und so weiter laufen. Ja, und woran liegt das? Ja, warum ist Market Cap so wichtig? Ganz einfach. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ein Unternehmen aktuell, sagen wir mal, 50 Millionen aktuell an Gelder sozusagen in diesem Unternehmen stecken, dann ist es sehr, sehr einfach, dieses Unternehmen nach oben zu pushen, sage ich mal, zu pushen mit sehr wenig Kapital. Das heißt, es wird wenig Kapital nur benötigt, um diese Aktie quasi nach oben zu treiben. Die Marktkapitalisierung ist das eine. Das ist ein Faktor. Ein weiterer Faktor ist noch der Float. Das ist quasi der Umlauf an Aktien. Wie viele Aktien sind im Umlauf? Auch das ist ein weiterer Faktor. Das werde ich heute nicht besprechen. Aber Float und Marktkapitalisierung sind zwei Faktoren, die meistens zusammenpassen. Also ihr werdet sehr, sehr häufig einen niedrigen Float mit einer niedrigen Marktkapitalisierung finden. Da gibt es einfach eine hohe Korrelation zueinander. Und wie gesagt, Microcaps und Nanocaps handele ich eben nur, wenn es sich um Multiday-Runners handelt und eben keine Smallcaps. Warum? Ganz einfach aus dem Grund, da sie meistens nur so zwischen 100, vielleicht maximal noch bis zu 200 Prozent, aber meistens nicht über 200 Prozent steigen können. Und daher lasse ich eben die Kategorie Smallcaps aus, außer eben, wie gesagt, beim First Green Day. Da spielt das keine Rolle. Bei Multiday-Runners handele ich eben nur Nanocaps und Microcaps. Genau. Smallcaps sind meistens Unternehmen, welche meistens auch schon dementsprechend ein Produkt besitzen. Und diese Unternehmen haben meistens auch schon Patente oder eben auch Kooperationspartnerschaften mit größeren, bekannten Unternehmen. Gerade im Biotech-Bereich sieht man das sehr häufig oder liest man das auch sehr häufig, dass man zum Beispiel einen neuen Partner hat, wie sagen wir mal die Pfizer oder so. Irgendein Biotech-Unternehmen, das gemeinsam mit Pfizer etwas entwickelt. Das hatten wir auch damals gesehen, zum Beispiel bei Biotech, deutsches Biotech-Unternehmen. Die waren letztlich ja auch noch relativ klein. Natürlich, die sind jetzt mittlerweile ein Milliardenkonzern, aber genau so entsteht das. Letztlich ein kleines Unternehmen, das meistens nur in der Forschung und Entwicklung tätig ist, versucht dann eben, Kooperationspartnerschaften mit größeren Unternehmen einzugehen. Genau. Und ja, diese Unternehmen, die haben eben meistens auch schon irgendwo einen Erfolg gehabt. Die sind meistens auch schon etabliert, können aber natürlich auch bankrott gehen. Ich sag mal so, wenn die Zinsen steigen, was wir ja aktuell sehen, dann flieht sozusagen das Investorengeld raus aus diesen Smallcaps, Nanocaps, Microcaps. Das heißt, meistens sind sie gar nicht in Nanocaps und Microcaps investiert, sondern eher in den Smallcaps. Aber da geht das Geld als erstes raus und geht dann eben in die sicheren Häfen, sprich die Largecaps, die sicheren Unternehmen. Da haben wir aber auch gesehen, zum Beispiel Tech wurde ja auch abgestraft, weil dementsprechend sozusagen die zukünftigen Cashflows diskontiert wurden auf den heutigen Zeitpunkt. Ja, die Tech-Branche, da wird immer die Zukunft gespielt. Und wenn die Zinsen steigen, dann suchen die Leute eben einen sicheren Hafen, wie zum Beispiel eben Edelmetalle, aber auch starke Dividendenaktien wie eine Coca-Cola. Viele Zigarettenhersteller sind auch sehr, sehr gut gelaufen. Keine Anlageberatung an der Stelle, ja, aber wenn ihr euch die großen Zigarettenfirmen mal anschaut, dann seht ihr, dass die sich im Vergleich sehr, sehr gut gehalten haben. Also die haben kaum Kursverluste. Das heißt, da geht eben das große Kapital momentan rein. Genau, dann Mid-Caps. Im Bereich Mid-Caps ist es so, dass Mid-Caps meistens auch schon länger als 5 Jahre bestehen, vielleicht sogar 10 oder länger. Und die Marktkapitalisierung liegt irgendwo so zwischen 2 bis 10 Milliarden. Was ist das Problem bei Mid-Caps? Mid-Caps haben meistens noch nicht den Burggraben wie vielleicht Large-Caps. Sie sind eben, wie das Wort Mid schon sagt, in der Mitte. Das heißt, sie haben Wettbewerber sowohl mit den Small-Caps, mit den kleineren Unternehmen, aber auch mit den größeren Large-Caps. Das heißt, sie sind im direkten Wettbewerb zueinander. Das sind meistens Industrieunternehmen, irgendwelche Unternehmen, die etwas produzieren, in der Produktion tätig sind. Und da ist einfach eine extrem große Konkurrenz. Also eine extrem große Konkurrenz. Also ja, aber die bieten natürlich auch Chancen und Möglichkeiten, auch in Mid-Caps. Da würde ich sagen, ab dem Zeitpunkt von Mid-Caps kann man dann schon investieren, weil man weiß, okay, das sind Unternehmen, die sich sehr wahrscheinlich am Markt halten werden. Ja, genau. Diese haben natürlich ein Kurspotenzial am Tag von so zwischen 50 bis 100 Prozent. Ja, es gibt einige, die traden lieber Mid-Caps und Large-Caps. Aus dem Grund eben, weil sie nicht so volatil sind wie Micro-Caps oder Small-Caps. Das liegt daran, gerade Aktien, die einen sehr niedrigen Float haben, unter 10 Millionen, also unter 10 Millionen Aktien im Umlauf sind, dieser Aktienkurs kann quasi in einer Minute um 10 Prozent schwanken. Ja, und das ist halt enorm. 10 Prozent in einer Minute ist wahnsinnig viel. Meistens wird die Aktie dann aus dem Handel ausgesetzt. Es ist ein sogenannter Circuit-Breaker-Halt. Fängt schon bei 7 Prozent eigentlich an. Von daher, ja, diese Schwankungen hält nicht jeder Day-Trader durch. Deswegen gibt es auch einige, die eben in Mid-Caps und Large-Caps-Bereich handeln. Dafür braucht man aber eben mehr Kapital, ja, um dann auch wirklich davon seinen Lebensstandard zu finanzieren beziehungsweise da auch wirklich vernünftige Gewinne zu machen. Aus dem Grund bin ich eher im kleineren Small-Cap- und Micro-Cap-Bereich unterwegs. Hohe Risiken, aber auch extrem großes Kurspotenzial, wenn man weiß, welche Faktoren aufeinander abgestimmt werden müssen. Ja, das ist wirklich, die meisten Leute kennen die Faktoren nicht. Ja, sie kennen die Faktoren nicht. Selbst wenn sie die Faktoren kennen, dann müssen sie die Faktoren auch noch in der richtigen Reihenfolge wie ein Puzzleteil zusammenlegen. Ja, dafür habe ich selbst auch mehr als ein Jahr. Ich habe fast zwei Jahre dafür gebraucht, um dieses Puzzle quasi, ja, zusammenzufügen. Und mittlerweile habe ich wirklich, ja, eine Nische gefunden, wo ich sage, hier habe ich einen sehr großen Marktvorteil gegenüber anderen. Nur ist es nun mal so, dass diese Anomalien, wie es so schön heißt, in der Finanzwelt nicht jeden Tag, nicht jede Woche, meistens nicht jede Woche vorkommt, aber in einem Monat bestimmt so drei bis fünf Mal. Genau, das sind die Mid-Caps. Dann gibt es noch die sogenannten Large-Caps. Die sind den meisten Leuten ein Begriff. Das sind Unternehmen, die haben 10 Milliarden oder mehr an Market-Cap. Das sind Unternehmen, die meistens schon mehr als 20 Jahre am Markt sind. Die Unternehmen haben mehr als nur ein Produkt. Sie haben mehrere Produkte. Sie haben eine richtige Produktpalette. Sie sind eine Brand, die wiederzuerkennen ist. Sie haben einen sehr starken Burggraben. Das Kurzpotenzial kann bis zu 30 Prozent am Tag betragen, aber das ist schon wirklich sehr, sehr viel. Da muss schon wirklich eine sehr große Schlagzeile sein. Normalerweise sind es eigentlich auch nur so, im Schnitt bewegen sich die Unternehmen auch nur so fünf bis zehn Prozent. Von daher, auch dieser Bereich ist interessant fürs Investieren, meiner Meinung nach, aber fürs Traden eher uninteressant. Genau. Und dann letztlich gibt es noch die sogenannten Mega-Caps. Das ist eine neue Sparte. Die hat sich quasi herauskristallisiert, beziehungsweise abgespaltet von den Large-Caps. Da kam jemand auf die Idee, naja, es eine neue Kategorie zu eröffnen, nämlich die sogenannten Mega-Caps. Das sind sozusagen die Tech-Giganten wie Tesla, NVIDIA, Apple, Microsoft, Alphabet. Aber es gehören auch so Unternehmen dazu, wie zum Beispiel auch eine Pepsi und eine Exxon Mobile. Nicht die klassischen Tech-Giganten. Und von diesen Unternehmen gibt es eben nur 33 auf der Welt. Die meisten natürlich in den USA. 63, vielleicht noch China, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Ob auch dazu Tencent gehört oder JD, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Jedenfalls die meisten in den USA. Das Kurspotenzial vielleicht höchstens bis zu 15 Prozent, aber meistens auch nur so zwei, drei Prozent am Tag. Wirklich nicht mehr. Außer es kommt halt eben eine sehr große Schlagzeile oder so. Aber diese Unternehmen, die bewegen sich einfach nicht. Das sind die Riesenwale, die treiben im Meer herum, aber großes Potenzial sieht man da nicht. Also die lohnen sich so gut wie gar nicht, was das Daytrading betrifft, meiner Meinung nach. Außer eben, man ist ein wirklich großer, großer Hai, ein großer, großer Fisch. Aber die meisten von euch sind es, denke ich mal, nicht. Von daher, es lohnt sich zum Investieren definitiv. Aber mehr auch nicht. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, so zu dem Thema Marktkapitalisierung und weshalb es so wichtig ist. Vielleicht nochmal zu der Sache zurück. Also, wie gesagt, ich spezialisiere mich auf Nanocaps und Microcaps im Daytrading und dementsprechend, aber auch natürlich Smallcaps. Smallcaps nur im First Green Day. Aus dem Grund eben, weil die Kursspanne nicht mehr so hoch ist, wenn die Aktie zum Beispiel schon mehrere Tage hintereinander gelaufen ist, dann nimmt das Kurspotenzial quasi ja auch ab. Von daher, wenn ich zum Beispiel die Strategie des Multiday-Breakouts verfolge, dann nutze ich eben Nanocaps und Microcaps. Soviel zu dem Thema. Zu den Strategien werde ich auch nochmal ein gesondertes Video abdrehen. Ich möchte aber nur schon mal jetzt auf die einzelnen Faktoren eingehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.